okay herzlich willkommen zu und zwei in Lukas und gerade voll abgeht D 1 Dienes Litz Dienes 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 und die die Köln dem Boden dort durchs Ende Ach Jill, du musst jetzt durchsitzen. Ah, nein, da kommt man noch. Nein. Äh. Lull. Na. So, und jetzt musst du der Gabe durchsitzen. Glaube ich. Ich hopf mir hinterher. Okay. Wir kommen jetzt da rein. Mhm. Und jetzt braucht man da, äh, irgendwas. Das ist ein Laserempfänger. Oder? Ja, Laser. Irgendwo muss ein Laser her. Ja. Lull, was ist denn da vorne? Genau. Chill, warte noch mal. Ja, du musst selber hin, glaube ich. Ja. Da ist Gabe, da ist Rodi. Ah, nein. Genau. Ausprobieren. Genau. Und dann bist du mal was drin. Normalerweise. Ach, ähm. Ja, das stimmt tatsächlich so, aber... Wow. Das ist ein wenig scheiße gewesen, was ich gemacht habe. Okay. Gut, also... Was ich eigentlich sagen wollte, war... Du musst jetzt den... ...Cube auffangen. Kannst du das? Na, kannst du nicht so, ne? Mhm. 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 Der Cube muss auf jeden Fall zu mir. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich glaub... Ja... Ach, chill. Warte kurz. Mach mal so. Genau. Und du laufst deins einfach kurz so. Ja, immer schnell den Cube hol und dann... Mhm. So. Genau. Und jetzt... ...braucht ihr einen Cube. Ach, lol. Wow. Ähm. Doch, das funktioniert. Mach du kurz. Du durst... Dei... ...Hellblaus umsetzen auf D-Wend. Na, do, do drüben. D-Wend. Da käme ja... Hä? Meinst du die doch? Ja, genau. Ach so. Let's chill kurz. Warte. Ja. Ich komme... Hallo. Yay. Und jetzt, wenn du einen Schritt auf Zeiten gehst... Au. Tschüss. Du musst das nicht aggravate bitte für ein kompliziertes Wort. Ja, ja, ja. Das ist cool. Der neue Move ist cool. Das touchierst du bei einem Portal, ne? Das ist das, was ich vorhin zwar mitgemacht hab. Mhm. Aber es kostet einfach zwei Zeit, deswegen mach ich es kaum. Das stimmt. Die Gesamtaufnahmezeit beträgt übrigens ungefähr... Also wir haben eine Pause gemacht haben... Seit dem... 1 und 1,5 Stunden. Ui. Ja, das sind dann so... Seit wir Pause gemacht haben. Das sind dann so... Das ist cool. Ui. Mhm. Oh. Mäh. 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 Oh. Das war knapp. Sehr knapp. So, jetzt gehst du so. Du musst wieder zurückkommen, oder? Ja. Jetzt hab ich dann so einen Löffel. Du kannst ein kleines untere... Jetzt, keiner. Dann dreiß um. Hallo. Na, was macht... Was bringt uns der jetzt, der Würfel? Hm. Unendlich Umkehrung. Hm. Wir müssen irgendwie bis da oben kommen. Ach, warte mal. Also da ist ja so ein Anlaufding. Mhm. Ich steig irgendwie gar nicht durch. Da... Da hinten müsste irgendwie ein Portalfläch... Also da oben ist ja nur ein Portalfläch... Ah, da oben muss der Cube rein. Genau. Sooo... Wir müssen laufen. Wir müssen laufen. Du hast nur den Cube aufgeschmissen müssen. Nein, nein. Ich mag immer mit ihm. Ich mag mit ihm gehen. Na, okay. Oh. Den letzten Schritt muss ich selber machen. Na, das ist aber süß. Ja. Ja. Ja, voll. Wie oft hat's uns zerstört? Dreimal schon? Mhm. Ja. 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 Natürlich. Na, nein, 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 nein. No, no,no, no. Da musst du durch. Okay. Und das zweite muss? Ah, okay. Und dann sammle ich schon mal wieder. So hier haben wir schon wieder herkennen wir. Freilich probier's aus. Eine Fliege zwischen den Tasten. Ähm, hast du das gerade gesehen? Ähm. Hm. Ach. Ähm. Ja. Dort hier sitzen und dort drinnen hier sitzen. Hä? Mhm. Viel Spaß. Also. Toll. Dann mach mal das ganze so. So, dann steigst du da durch. Dann. Machst du, sobald du in dem Strahl drin bist. Mhm. Sobald du da drin bist. Mhm. Jetzt springst du da um. Mhm. Jetzt setzt du da um und hin und da drüben hin. Wo immer das da drüben ist, weißt du schon. Genau. Und dann gehst du da um. Oder? Ja. Ja. Springen. Oder warten. Nein. Ich brauch irgendeinen Würfel. Was passiert denn da? Ah, der 13. Ah, der 13. Ah. Dann sitzt du da drinnen. ließ der dunkelblaus in anderen sagt es müsste durch und jetzt und ist die lechte kontrolle wenn die das noch Prozent des umdrehen an der richtung spring jetzt kann man in die luft setzen also hat mich auch gewundert ja orange do you feel betrayed by blue for telling me those horrible things about you if blue had said those things about me blue would never make it to the next reassembly station klär das ist irgendwie voll story irrelevant im multiplayer ja kein mensch hat derer tante zu es stimmt echt ja vielleicht was fremdländisch spricht fremdländisch fremdländisch ja das ist ein Wort das ist wie das ist wie Das geht schwer. Ach, chill mal. Beziehungsweise gar nicht. Oder warte. Wenn ich das so mache und dann auch so mache, dann gehts auch nicht. Spring nochmal um und setz deine Portale da und da drinnen hin. Was hat das jetzt gebracht? Nothing. Weil ich komm da gar nicht hin. Kann man da oben Portale sitzen? Nein. Vielleicht wenn ich ganz viel Klick komme. Ja, ja, ja. Ich bin drin. Du bist nur groß. Wow. Das ist ja noch billiger auch. Das ist einfach so durchklick. Ja, ja. Na, ähm. Aber auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass man da einig kann mit Klick. Aber so geht's vielleicht nicht. Das schaut so geil aus, wie du da vorher auch nicht knallst. Das gefällt dir, gell? Warte da drinnen, wo du gerade bist. Okay. Du musst... Doch, doch. Passt. Warte mal ganz kurz. Lass mich kurz überlegen. Du musst... deine zwei da her und da her setzen. Und jetzt springst. Okay. Toll. Ah, ja, warte. Chill kurz. Da oben ist so ein Grill, der alles wieder weg macht. Ja, das habe ich gerade gesehen. Chill kurz. Du musst jetzt... Hm. Kann nicht. Also du kannst zumindest bis dahinter gehen. Wenn du das umkehren, ne? Dann saugst du dir da in die verkehrte Richtung. Ja, genau. Oh, was bringt uns das? Bleib mal drinnen. Was bringt uns das? Ach, natürlich. Na, natürlich nicht. Weil da schon wieder so Grill ist. Ja. Hm. Dann druckst du da durch. Doch, so geht's. Warte einfach kurz. Fuck, das geht dir wieder nicht. Da oben ist auch nix. Da oben ist auch nix. Da oben ist auch nix. Das oben ist auch nix. Und da oben ist auch nix. Du musst. Na, das geht ja nicht, weil du der Grille bist. Äh. Okay, schont die Wand an, Junge! Das gibt's doch gar nicht. Wie kommst du da auf, hey! Ich habe oben schon geschaut, da kann man kein Portal setzen und dann fliegen. LOL. Achso, du hast das Portal. Das Portal ist jetzt weg, gell? Äh. Du kommst nicht zufälligerweise auf die Stelle nur hin? Jetzt nimmer, ne? Jetzt im Moment nicht. Wenn es das Signal umkehrt. Ich komme jetzt so hin. Ach, scheiße. Jetzt komme ich da hin. Ja, nein, nein, du hättest drinbleiben müssen. Warte mal, ich hopf jetzt so viel mal da hin, vielleicht sehe ich irgendwas, was uns helft. Drei, das Signal mal um. Warte. Grill. Nochmal. So, warte. Warte, 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 warte. Ach, Moment. Pusten mir nochmal in die andere Richtung. Ah. Bringt uns jetzt was genau? Kannst du dich umatisch schießen? Ich kann nur umatisch laufen. Und dann... Äh. 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 Na, wenn du dort drin stehst... Da, jetzt bin ich am Ziel. Ich bin am Ziel und hab den Steel da aktiviert. Du musst... Du musst... Nein. Da. Und da. Und da. Können wir nicht mehr hin. Kannst du da noch her schießen? Boah. Ja, mit ganz viel Trickserei habe ich noch her schießen können. Jetzt müsstest du an den Start kommen. Ich bin am Tod zurück. Wirklich. Das ist kein Problem, nicht? Ach so. Haha. Haha. Yes, I know you did that, Blue. Don't look so proud. Ach, jetzt ist das wieder zu. Ist doch mal ein Cube oder so ein Witz. Was? A Cube. Na. Na. Ähm. Ach. Ich muss einfach das Portal nehmen, oder? Oh, das geht doch nicht. Ach, das ist wieder zu, Monst. Ach so. Schlecht. Ach, fuck. Aber. Warte doch, das geht schon. Das muss gehen. Ich mach das jetzt ein bisschen so. Wo? Da hinten ist auch noch ein Loch, gell? Also. Wo? Da ist auch noch ein Loch. Da kann man ein paar Teile durchschießen. So. Und. So. Es müsst jetzt zu durchkommen. Wenn du irgendwie einen kennst. Ja, lol. Ja, das ist kein Problem, nicht. So. Hallo. Wo ist das Loch? Da hinten. Das war nicht schön, der 20 Minuten an puren Rätselspaar. Rätselspass, haha. Rätselspass. Ich hasse das Wort Rätselspass. So. Ein blödes Wort. Egal. Ist jetzt die komische, ja? Ist jetzt die echt komische. So, der letzte Test in diesem Test. Ich mach mal nächstes Mal. Oder? Vor der Catcher, gell? Ja. Ja, mach mal nix mehr. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020